Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Video wieder schaut. Aber eigentlich ist es eine Wiederholung von dem letzten Video. Plus ein paar Bonus-Sachen, die ich noch mit drin gehauen habe. Es kam ja doch ein bisschen mehr Kritik bei dem Video. Oh, du hast die Musik zu laut. Man hört ja nicht, was ihr sagt. Man hört die Quatsch nicht. Soweit nehme ich mir immer zu Herzen und habe gesagt, komm, setz dich nochmal ran. Habe noch zusätzlich noch ein paar Szenen gefunden, die ich vorher ja nicht gesehen habe. Habe die mit drin geschmissen. Ein bisschen synchronisiert. Ja, ich schweife nicht ab. Und als allererstes möchte ich euch nur sagen, die hat es heil überstanden. Ja, die Sitzbank ist zwar raus, aber ich muss ja jetzt das nächste Video vorbereiten. Ich will ja eine große Durchsicht machen. Obwohl ich da schon ein Video gemacht habe. Ich schweife schon hier ab, Thomas. Hör auf. Ja, jedenfalls kommt irgendwann nochmal ein Video hier. Bestandsaufnahme von Peckwitz. Und wir wissen ja alle, durch Stammfahrten und so weiter, die Bremsbeläge sind sowieso tot. Deswegen sollte man auch nie vor Peckwitz neue Bremssteine aufziehen. Ja, wieder an. Du wirst Bescheid. Okay, ich schweife schon hier ab. Also, dieses Video ist eigentlich das selbe Video wie vorher, nur mit ein paar Szenen anders. Und den Sound ein bisschen anders gemacht, damit man auch hört, was wir sagen. Ich schweife schon hier ab. Ja, gut, okay. Ihr müsstet nicht gucken. Ihr kenntet ja schon das Video. Zumindest die meisten. Und jetzt versaut mir auch ganz schön die Statistik, weil es eigentlich viel zu doll angeklickt wird. Und deswegen muss ich jetzt einfach nochmal das Video neu nachschieben. Und wir gucken ja nicht mehr so viel da. Und dadurch wandert es wieder in der Statistik so, wie es eigentlich sein soll. Ja, gut. Also, ihr könnt jetzt abschalten und ein anderes Video gucken. Oder eben, ihr guckt dieses Video nochmal an und mit ein paar Szenen, die noch zusätzlich gekommen sind. Ja, gut, ich schweife schon hier ab. Irgendwie schweife ich ganz schön auf da. Gut. Habt ihr schon die Lampe da oben gesehen? Hat meine Frau geguckt? Gut, ich schweife schon hier ab. Also, viel Spaß beim Video. Hm? Ja, ja, ist tief. Pass ich mal zu, dass du da durchkommst. Der ist ja da drin. Ja, ja. Mach ich mal, weil er fährt wie eine Mumu. Du fährst wie eine Mumu, soll ich dir sagen. Wenn er nicht tut. Nein, da sind keine Tübe alle, Junge. Hör mir mal weg, lass mich drauf. Mal sehen, ob ich meine Kiste verrecke jetzt. Was? Mal sehen, ob mein Schnorcheldicht ist. Ich kann allein frei sein, na? Du bist ja auch ein bisschen versetzt gefahren. Ja? 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 Bei Enrico? Ja, die Fettgeschicke schon. Ja, die Fettgeschicke schon. Irgendwann habe ich eine Pelle. Irgendwann hast du eine Pelle? Ja, das ist ein Schein. Der klemmt hier unten. Ja, der müsste schon. Ja, der müsste schon. Den müssen wir auch auf den Kloppenbein nehmen. Rad runter. Und den Stein schön weit wegschmeißen, ja? Gut. Nicht, dass ich den nachher einsammle. Aber sie gucken jetzt so wenig zu. Das ist genau der richtige Moment. Ja, genau der richtige Moment. Jetzt wird es dies. Das wird aber nur, weil du jetzt diese Scheu anders umgefahren bist. Ja, aber... Ich mag eigentlich nur da hinten an dem Berg ein bisschen Schwung haben, mal. Das ist schon so gut. Die Fahrt ist ja nicht warm. Wie, wenn ihr schon so müssen, sind sie ganz einfach mal stammt? Das wissen sie. Also... Ja gut. Oh, das war eine schöne Aufnahme. Der macht es schon richtig, der zieht da vorne hoch. Ach, der mit den Reifen, ja, ich kenne gar nicht. Ich kenne gar nicht. Das ist ein neues Neba. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist zu lang und dabei nur zu tief, das heißt so. Mit sehr viel Schwung kommt es nicht durch. Sack, sitzt du drin. Da kommt die Sater-Böschung gerade vorbei. Was geht da, Allrad? Jünger! Oh, das stinkt, Alter. Da hat vorhin keiner hingekackt. Das ist aber halt nur eine Masche. Ja. Das ist ein Tiefel, guck mal an. Wieso steckst du denn du fest? Kommst du raus? 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 Ich bin schon mal stolz. Den Kontaktspräch scheint dir was geholfen zu haben hinten in der Dose. Ich geh rechts aber... Naja klar. Ja das macht irgendwie keine Laune wa? Ich kann ja direkt hinterher fahren ohne Allrad. Ist ja langweilig. Wäre doch besser so für deinen vorderen Antrieb. Ich versuch da einfach eh nach durch das Loch durchzubaddeln oder was? Du musst doch lenken, damit du am Baum vorbeikommst! Kann ja nicht sein, meine doch ohne! ITP Blackwater! Aber hier sind wir noch nicht durchgefahren, Thomas! Was ist eigentlich passiert? Das ist scheinbar. Ja. Ich weiß, dass ich nicht mehr lebe. Ich weiß, dass ich nicht mehr lebe. Bis zum nächsten Mal.